Alexa, schalte mein Licht bitte an. Ohhhh, stopp, da war glaub ich schon einer. Was? Ich weiß nicht, oder? Es spornt ja... Der Jeep, der sieht nur ein bisschen verdächtig aus. Genau so ist es wunderbar. Tür ist offen, Tür ist offen, Tür ist offen. Genau, sag ich doch, sag ich doch. Ja, da sind welche drin. Bin ausgenockt direkt, Alter. Da ist einer drin bei mir. Wurde direkt ausgenockt. Ok, wir stören. Seht ihr die nicht? Doch. Euer Ernst, Alter, jetzt mal im Ernst. Ich hab ihn doch ausgenockt. Ja, aber der kann doch nicht rauskommen und mich killen, Alter. Natürlich, jetzt sagt er auch... Da werden drei Leute da sitzen für uns. Oh, sorry, 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 sorry. Danke, dass du mich tötest quasi. Alter, sorry. Ich hab Angesicht auf den Namen nicht gesehen. Ach, Gott. Alter. Ja, hier brauchst du irgendwas? An Verbände oder so? Nee, erstmal noch nicht. Nee, Verbände hab ich genug. Ja, was soll ich mal... Oh nein. Ja, lauf schon mal los. Vielleicht krieg ich's hin. Lauf schon mal weg. So wie der da steht, glaub ich nicht, Chris. Renn lieber. Ja, ist mir egal. Lauf schon mal los. Ja, das war blöd. Ich hätt nichts mehr machen können. Bewegst du den Wagen wenigstens millimeterweise? Ja, ja. Vielleicht hab ich's ja noch. Ansonsten. Ja, es tut mir leid. Ja, nicht schlimm. Hättest mich halt fast komplett gehabt. Ja, ich hab's... Dass mich von... Ja, ich hatte halt nur noch 90 HP. Hast wie oft 10 HP runtergebracht. Ich dachte, wo ist der Gegner, ne? Hä? Ich seh keinen Gegner. Wo ist der? Wer ballert? Alter, jetzt kommt doch schon! Ich bin doch wieder... Ähm, Chris, du musst jetzt zum Laufen drücken. Komm schon! Komm schon! Komm schon! Ja! Wow! Fick dich schlappe! Wuh! Wir müssen gleich zur nächsten Zone schon weg. Alter, war echt gepackt! Hast du zufälligerweise noch einen Drink übrig? Ja, ja. Oder... Ja, ja, ja. Moment, Moment. Nur noch Verbände jetzt. Einen als Reserve nämlich. Ja, leider, leider. Wenn's kurz geht. Ähm... Besuch! Wo? Wo? Also, ich hab... Ich hab grad'n Auto gehört. Ja! Ähm... Die kommen! Ich hab nur ne Schalkaar. Ich hab' nur ne Schalkaar. Ja, sie kommen, sie kommen über den Zaun. Erster Schuss verkackt. Mit 8. Tatsuche ist etwas. Ich komm' in die Hallen rein. Einer ist ne Halle drin. Äh, geht das? Alles? Was? Ich hab' auch ne Nacht vor. Ich hab' auch ne Nacht vor. Was? Okay, einer ist glaub' ich auch noch oben. Ja, einer ist noch oben. Alles klar, warte. Ich komm mit. Nicht stürmen! Nicht stürmen! Warte auf mich! Bist du bereit? Ja! Ich geh vor! Ich hab' ne Weste! Kann halt jetzt überall sein, ne? Wo bist du hier? Das heißt, sie sind an dir vorbei gelaufen. Kann sein! Surprise motherfucker! Ich bin genau in den reingelaufen! Ich bin genau in den reingelaufen! Ich bin genau in den reingelaufen! Okay, wir müssen jetzt los, ne? Wir haben das Auto noch von denen! Ja eben! Lass weiter looten! Ich hab' mich ganz so erschrocken! Ich hab' mich ganz so erschrocken, weil ich genau in den reingelaufen! Weiß ich, ob du gesehen hast! Nicht hier, wir kommen! Nicht hier, wir sind jetzt auf dem Weg! Den Bündungsfeld erfahr' ich jetzt mal liegen! Ich hatte schon einen! Äh, ich hab' den aufgenommen! Ach so, gut! Das ist super! Falls mich jeder Sniper findet, ne! Ich hab' nur Sniper! Siehste! Ey, dann Auto, wir hol' mich ab! Oh, Auto! Oh! Das war'n aber nicht hier! Jetzt gibt's Vollstoff! Jetzt gibt's Vollstoff! Und am besten nicht über den Bunker! Okay, du fährst über den Bunker! Let's get Vollstoff! Ja, die Zola kommt! Ich seh's! Uhuh! Vielleicht dich jeden Hügel mitnehmen, als wär's nichts! Hey, hey! Michi mal in Ruhe looten! Ich nehm' die ganzen kleinen Häuser auf die Straße, dann bin ich an der Mapsee! Ja, aber mir bleibt ja nicht so nur übrig! Ich hab' nur da waren schon gelotet! Das für die Karte gehört sich ja! Die war'n im kleinen Gebäude! Echt jetzt? Na, so klein war's nicht! Kommst du? Ja! Genau! Wir fahren direkt... Wir fahren an den Strand, okay? Und versuchen noch was zu looten! Komm, Michi! Michi! Ja, komm! Michi! Ich muss schon putt, putt, putt sein! Du hast ein Magazin auf den Boden geworfen, das geht's doch nicht! Umweltverschmutzung! Bleib bei, ich verfahr' auf den Weg und dann auf los! Oh Gott! Lass dich hier drin werfen? Hä? Hä? Ähm... Also früher ging doch noch... Äh... Es gibt halt Vollstoff, Alter! Ja, das ist'n Dacia, hallo? Der kann so ne Hüge hier nicht hochfahren! Das ist... Das ist kein Geländewagen! Ich hab' vor mir, ich muss mich an der Geschwindigkeitsverordnung halten, ja? Hier ist 130, Mensch, mach! Hier ist unbegrenzt, wir sind hier Deutschland! Das sehe ich aber anders! Aber es ist jetzt durch das Update deutlich schwerer geworden, wenn jemand mit dem Auto umzufahren kann! Wieso? Weil, also... Ich hätte das jetzt bei einem geben würdest, dass die Hitboxen so wie ein richtiges Auto waren! Also das waren jetzt nicht einen Meter auf jeder Seite mehr, sondern... Das war... Auto war die Grenze! Ist doch auch gut so! Äh, vorhin, vorhin, vorhin! Siehste? Aua! Er hat rausgeschossen! Ich hab lags! Und ich bin rausgeschossen worden! Ich hab'n Standbild! 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 Ah... Äh... Die Granate war gotlike von mir! Will ich nur mal anmerken! Ja, ähm... Ich hab' grad eben die ganze Zeit gegen das Auto rüberladt... Ja, wir warten! Die leben noch! Da lebt noch einer! im haus welches haus das linke 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 ganz links das kleine oder das das große links das rote das haus das haus oben oder oben oben tot er ist tot alles blutparty ich will meinen granatenkiller ich spiel zu meinem kill hinten das ist mein kill hier ich meine die sind da hinten ich hatte eins eingesetzt jetzt damit die hat richtig beschissen ich habe nur noch 13 verbände sonst habe ich gar nichts mit uns laufen danke könnten es mit motorrad schaffen also zwei leute ich glaube einfach das geht schon ansonsten steigt mich die auswählte die stellung und die schuldschaft das glaube ich haben wir das überleben kris ist ganz ehrlich kann ich aber wenig dass ich frage noch so ich hatte schon das gefühl gerade ja dann ist es unkontrollierbar dann flippt es einmal aufs vorderrad und dich überschlägt muss mit dem motorrad echt vorsichtig sein ich habe es auch ohne abgerutsch werden ist ja voll alter easy euer motorrad war völlig nutzlos das hat euch einfach durch schaden gemacht ja vielleicht haben wir zu viel sache verwendet und so glaube ich nicht ich glaube es heißt nicht als 6 ist die nicht existiert die das ist scheiße ja hier spricht dich aus 200 zwischen 195 und 210 ist ein typ mit stein der kniet sich dahin das sind knappe 300 meter ist jemand bereit ja ich kann nicht treffen 1 schuss getroffen ich auch aufhören zu viel zu schießen er ist unten nochmal gibt es alles ausgelockt schuss noch mit er ist tot ich sag jetzt 300 meter jetzt habe ich zu hoch gezählt jetzt habe ich echt zu hoch gezählt weit weg wo ist denn der hin runter der schuss war knapp wir müssen weiter jetzt erst mal looten ja ich höre aber schüsse wenn er noch nie ich höre schüsse hinter mir einschlagen jemand schießt auf dich also ich okay ich zwar kiefer suche nämlich mal mit und und der selbe koffer und und ich weiß nicht was ich mitnehmen soll es ist einfach zu viel ich bin es einfach mit äh äh ich muss gerade gucken noch eine karte 90 ähm alter ich hab ein paradies gelootet ähm 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 ich hab genüht zwischen 330 und 345 verleicht die gerade ab ähm 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 wo 30 und 300 jährlich schon aber ähm 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 da vorne da hinten bei den bäumen oder ah damit ist ja ja bei den bäumen tift einfach nicht ich weiß nicht wo meine kugel entsteht und schieß bitte direkt auf die gegner stelle auf 400 und schieß direkt auf den gegner ja mach ich grad ähm ach nein jetzt hat er sich bewegt der energy und so und alles für die sniper ja ich hatte gerade auf dem schon mal vergessen dass ich auf 200 noch gestellten hatte auto brennt aber wie lange wir überleben in dieser zone müssen gleich in die zone die mega scheißer ja ok ja wir müssen los ne heute heute nur ich weiß nicht wald oder strand direkt strand oder erst wald und dann über strand äh oh gott vor uns ist der mood auch passend da werden noch leute hingehen ich bin schattet ist so lange im wald bleiben wie möglich habe ich glaube rechts könnten leute nein weil dem wald sind halt extrem viele ja aber im strand sehen wir die leute nicht so gut und also wenn wir darauf sind sehen wir die leute im wald nicht so gut ja bei uns aber wir müssen weiter müssen weiter müssen ja das ist eine blöde situation ne ich seh sie links links 150 so und das sind zwei spieler mindestens laufen jetzt auch auf dem fett ich sehe sie gehen erstmal rein in die zonen dann ballern wir die leader die begeben sich in position von uns ja ich geh in die hitte also nicht in die hitte zu hütte Dritter Spieler An der Hütte Ja Alles Siehst du ne Ah verdammt ich habe ihn zu spät gegangen Also nicht von dem nicht von dem ich habe einen ganz anderen Spieler ok Lasst euch davon nicht irritieren Ja 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 ist ok Er ist in der Hütte oder? Ja er ist in der Hütte reingegangen Neue Zone ist kacke Aber irgendwo links ist noch einer so zu aufkommen Lass über den Wald gehen Lass rechts rum abhauen und über den Wald gehen Auffass auf die Hütte Auffass auf die Hütte Ich habe nämlich vorhin gekillt Ich ziehe auf die Hütte und gehe weiter mit ihm Komma Ich mache das immer abwechselnd setzen Ich habe jetzt die Grotzer Oh ich sehe den Spieler Ich habe ihn ausgenommen Zone kommt Zone kommt Ja vor uns ist noch ein Team Ja wir müssen die Müssen aber in die Zone Mach Damage 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 Lauf Ok ich helfe dir ganz kurz Ich laufe Ich laufe halt nicht Im Haus bei mir rechts In dem Roten ist einer Nein Ja ich bin down Direkt instant Ein ganzes Team bei mir Eine Waffe war auf C geshot Ich habe die X auf Outlook gestellt Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Links weiter links Ab Strand war einer Scope zum Strand Bist du weiter rechts Stopp Rechts Siehst du den Kopf Ja ich stehe in den Kopf aber ich Interesse mich erstmal gerade bei links Auto sichergestellt weil ich habe deswegen gerade verloren Ist deine Waffe auf Full Auto Ähm nein Jetzt aber Ich stehe sie auf Full Auto Links am Bad Verkäustchen Rechts war nicht am Bad Verkäustchen Bist du weiter rechts Stopp Rechts da im Bild Na kurz Ja Wir rennen gerade dahin Schleiß auf die Nicht die Sniper jetzt Nicht die Sniper jetzt Weiter rechts am Zirkelrand Weiter rechts am Zirkelrand Ja 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 Hinter dem Hügel entlang Ich lass dich erstmal gegeneinander kämpfen Weiter unten Weiter unten Weiter unten Weiter rechts Versuchst so weit unten wie möglich in die Zone zu kommen Wenn es möglich ist Schau Hier hast du einen geilen Hügel Ja ich sehe ihn Schießen wir in der Rand Ja 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 Unnötiges Position Was ist das rechts von dir? Ist das nur der Bursch oder ist da immer drin? Das ist nur der Bursch oder ist da immer drin? Das ist nur der Bursch oder Schatten Vor dir den du abschießen wolltest Da liegt im Gras Ähm 195 im Gras 195 Weiter rechts weiter rechts weiter rechts Stopp Der ist tot der ist tot Okay vergiss es Äh ich sehe es Es ist leicht Vier noch Drei Gegner Die zwei von dir sind links Und einer ist von dir rechts Also da vorne geradeaus meine ich Es ist glaube ich einer außer der wurde getötet Einer ist auf jeden Fall noch links Das war Positionen überblicken Position blicken was machst du war noch einer warmbad fort der war alleine das heißt das sind wahrscheinlich beide an dem häuschen ich habe immer so ein bisschen lauf geschossen anschießen wenn er steht ja tschüss zu komfort da nicht treffen du kannst du komfort da nicht treffen eben schlecht geht zum baum geht zum baum geht zum baum geht zum baum stelle stelle ist beide das beide darf bleib hinter stehen bleibt da steht nicht eben nicht eben nicht eben nicht eben nicht eben doch gar nicht links links der holt ihn wieder hast du eine granate pushen 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 push die ich wollte mich eigentlich heilen ja aber was ist wenn er die geholt hätte dann wäre es wieder eins gegen zwei das hat so kein sinn doch muss ich nicht ich hätte aber warten können ich hätte mich halten und dann 1 gegen 2 wieder spieler und noch leben der einschuss der wäre wieder tot ja aber trotzdem er hätte sich ja auch halten können ja in der zeit wäre ich ja schon wieder full und ist doch egal weiter platz ist doch gut versuch mir nicht zu stark rein zu reden du hast ja geengt du hast quasi deinen third person vorteil hast du kurze zeit weggebrochen Bis zum nächsten Mal.